Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu React. Heute wollen wir uns ein letztes Mal vorerst mit diesem Thema beschäftigen, deswegen lasst mich ein paar abschließende Worte hier finden. Und zwar, ja, wenn diese Serie hier gut ankommt, dann werden wir in diesen Kurs hinein einfach noch direkt weitermachen mit React Redux. Und ja, aber das machen wir nur, wenn es auch wirklich gewünscht ist, während wenn ich natürlich jetzt erfahre, hier nicht so cool und nicht so beliebt, dann werden wir das rauslassen. Und deswegen wollen wir hiernach erstmal abschließend alles ruhen lassen und dann mal gucken, was so passiert. Und ja, heute wollen wir selbstverständlich noch das wichtige, naja, Deployment ansprechen. Das Deployment bezeichnet im Endeffekt das, was ihr macht, wenn ihr die React App tatsächlich auf eurem Server hosten wollt. Das heißt, das macht ihr dann, wenn ihr wirklich wollt, dass andere auf eure App Zugriff haben. Und ja, das könnt ihr auf ein paar Arten machen, aber auf jeden Fall nicht die Art, die wir bislang immer gemacht haben. Und zwar, ich habe hier run npm start oder npm, ja genau, ich habe hier im Endeffekt npm start eingegeben. Das ist genau das, was wir ja bisher immer gemacht hatten, beziehungsweise das analoge da mit Yarn. Das ist quasi eure, naja, eure Möglichkeit, das Ganze wirklich zum Development auszuführen. Das heißt, das macht ihr damit, wenn ihr hier das Ganze selbst entwickeln wollt. Das updatet sich dann, wenn ihr irgendwas an eurem Code ändert. Und das hat ein paar Debug-Ausgaben, die ihr aber nicht haben solltet, wenn andere Menschen eure Webseite besuchen. Grund dafür ist, dass man mit diesen Debug-Ausgaben eventuell rausfinden könnte, welche Version eures Systems ihr verwendet, welche Version von npm und vielleicht welche Schwachstellen da dabei sind. Kann ein bisschen schwierig sein. Und deswegen macht man das normalerweise eben nicht mit dem, was ich gemacht habe, also mit dem, was ich gerade eben gemacht habe. Ich habe hier Yarn Start verwendet, um diese ganze App zu starten oder eben das, was ihr auch immer gemacht habt. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Man macht das normalerweise mit einem Build. Und diese Builds, die bekommt ihr, indem ihr npm run build eingebt hier. Und dann bekommt ihr tatsächlich eine gebildete App. Und die ist zudem noch deutlich besser optimiert, als das, was ihr in eurem Code hier habt. Also da werden jetzt wirklich Compiler laufen gelassen, die dann euren JavaScript-Code wirklich optimieren, damit wirklich alles so gut wie möglich dauert. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ihr damit arbeiten, also wenn ihr damit developen wollt, denn ja, das dauert jedes Mal ein kleines bisschen. Ihr habt es ja hier gerade gemerkt. Dauert auch ein kleines bisschen, bis das Ganze wirklich soweit ist. Und ja, jetzt habt ihr quasi die Möglichkeit, das zu machen. So, und wenn ihr jetzt mal hier nach oben scrollt, dann seht ihr hier, in eurem Ordner hat sich plötzlich ein Build-Ordner erstellt. Und das ist jetzt der Ordner, den man auch wirklich hosten kann. Hier ist diese index.html drin. Und hier habt ihr in Static einfach tatsächlich das JavaScript, das CSS und die Medien. Ja, alles quasi in einem Ordner. Und dieser Build-Ordner, der ist jetzt der, der auch wirklich ausgeführt werden kann. Das heißt, was jetzt passiert, ist folgendes. Wenn ich meinen Ordner öffne, dann sehen wir hier dieses Build. Und wenn ich hier reinklicke, dann sehen wir hier eben diese ganzen Dinger, die wir hier brauchen. Also wir sehen sogar eine generierte robot.txt. Wir sehen hier die Logos, wir sehen hier die index.html und wie gesagt, diesen Static-Ordner und die Service Worker und so weiter und so fort. Und jetzt könntet ihr zum Beispiel Engine X verwenden. Also ich schreibe das mal hier ganz kurz rein. Engine X, so wird das geschrieben. Das habe ich in einer anderen, in einer komplett anderen Serie von mir gezeigt. In der Server-Hosting-Serie, um genau zu sein. Engine X könntet ihr jetzt dazu verwenden, um hier tatsächlich diese Dateien hier in euer sozusagen Server-Root reinzupacken und dort werden die dann für euch bereitgestellt. Das ist die eine Möglichkeit. Das heißt, dass ihr hier einen externen Server-Hosting, beziehungsweise eigentlich nur einen HTTP-Server verwendet, um eben diese ganzen Dateien anzuzeigen. Die zweite Variante ist, dass ihr weiterhin mit NPM arbeitet und trotzdem aber diese Build-Konfiguration hier nehmt. Also das, was gerade generiert wurde. Sprich wirklich NPM für eure Produktiv-Umgebung verwendet. Also da, wo dann auch wirklich andere Leute drauf zugreifen. Das funktioniert selbstverständlich auch. Und das macht ihr, indem ihr hier NPM-Install-G-Serve macht. Ups, Surf. Das ist quasi NPMs Server, der hier auch, oder der HTTP-Server von NPM, den man hier auch verwenden kann. Der muss natürlich erstmal hier geholt werden. Und selbstverständlich habe ich nicht genügend Berechtigungen. Hier in meinem Fall muss ich hier, weil Linux, muss ich das Ganze hier noch mit einem Sudo machen. So, und dann sagt mir natürlich erstmal NPM, ich soll es mal wieder updaten, was ein bisschen nervig ist, weil ich das jetzt gerade nicht machen möchte. Das heißt, das werde ich jetzt mal ganz kurz ignorieren. Auf eure Produktiv-Umgebung solltet ihr allerdings immer, achten darauf, dass NPM zumindest fast up-to-date ist. Oder zumindest, ja, es sollte eigentlich so gut wie möglich up-to-date sein, weil natürlich ständig irgendwelche kleineren Fixes kommen. Und hin und wieder kann es auch mal sein, dass ihr hier ein Security-Issue habt, der dann natürlich gefixt wird, indem ihr hier ein NPM-Install-G-NPM macht. Also quasi NPM-Updated. Das kann natürlich immer irgendwelche Lücken stopfen. So, wenn ihr jetzt allerdings dieses NPM-Install-G-Surf gemacht habt, dann habt ihr die Möglichkeit, auch wirklich Surf zu verwenden. Und Surf, wie gesagt, ist der HTTP-Server von NPM. Das heißt, damit könnt ihr quasi wunderbar irgendwelche NPM-Apps oder Node-Apps ausführen auf einer Produktivumgebung, macht dann eben Surf-S-Build. Und dann habt ihr das Ganze hier auf eurem Localhost, Doppelpunkt 5000. Und im Netzwerk ist es sogar auch verfügbar, theoretisch. Also nicht im öffentlichen Netzwerk, dazu komme ich sofort. Das heißt, wenn ihr jetzt hier wieder auf den Browser geht und dann Localhost 5000 habt, dann seht ihr hier, diese App wird auch tatsächlich gerade ausgeführt. Und dazu wird nicht irgendwie wirklich der Code hier verwendet, sondern es wird das Build-Verzeichnis verwendet. Das heißt, das, was ihr gebaut habt und somit quasi für alle zur Verfügung gestellt habt, das, was auch wirklich jetzt vernünftig verwendet werden sollte. Wie gesagt, ist schnellerer Code, ist besserer Code, ist tatsächlich jetzt ohne diese Debug-Ausgaben für den Benutzer. Das heißt, man kann euch nicht mehr so leicht angreifen und so weiter und so fort. Ja, jetzt habt ihr das natürlich auf eurem Server ausgeführt. Also das ist jetzt das, was ich annehme, dass ihr das auf eurem Server ausgeführt habt, nicht auf eurem normalen Heimrechner. Und in diesem Server bedeutet jetzt, ihr habt hier Localhost 5000 als Serve-Adresse. Das bedeutet so viel wie jeder, der jetzt auf die Server-IP zugreift, beziehungsweise auf eure Domain, also zum Beispiel the-morpheus.de, was übrigens meine Domain ist, könnt ihr gerne mal drauf gucken. Und dort auf Port 5000 wird jetzt diese NPM-App, die ihr hier gerade geschrieben habt, die wird dort angezeigt. Es ist jetzt nicht unbedingt das, was ihr wahrscheinlich haben wollt, denn ihr wollt das Ding höchstwahrscheinlich auf Port 80 haben, so wie jeder normale Mensch auf Port 80 eben Webseiten anzeigt. Das heißt, man hat hier hinten dran nicht mehr dieses Doppelpunkt irgendwas. Also das wäre so, wie wenn ich jetzt hierher gehe und the-morpheus.de Port 5000 hab. Ja, das ist Quatsch. Da läuft nichts drauf, okay? Normalerweise hat man hier keinen Port stehen. Das heißt, man macht einfach das hier und dann sieht man plötzlich die Webseite. Ja, das heißt, wir wollen jetzt hier eben, also wenn ihr das auf eurem Server ausführt, dann wird dieser Localhost, könnt ihr quasi ersetzen durch eure IP-Adresse, beziehungsweise eure Domain. Das ist wie gesagt ein anderes Thema. Das ist Server-Administration. Aber wie gesagt, wir wollen hier noch kurz den Port eben auf Port 80 legen, beziehungsweise auf Port 443 könnt ihr es natürlich auch legen. Ihr könnt den Port auswählen, den ihr haben wollt. Wenn ihr ein Docker-Netzwerk habt oder sowas, dann könnt ihr da selbstverständlich auch euren Port aussuchen. Und das ist im Endeffekt machbar mit dem genau selben Command, nur mit "-l", und dann euren Port angeben. Also zum Beispiel Port 80 könnt ihr hier angeben, was in meinem Fall hier natürlich fehlschlägt, weil ich, ja, natürlich das Ganze nicht auf einem Server ausführe, sondern auf einer ganz normalen Maschine und dieser Port natürlich belegt ist. Also ich kann jetzt hier nicht auf Port 80 bei mir hosten, weil ich diesen Port selbst verwenden muss, um auf Webseiten zuzugreifen. Also ich kann das jetzt hier einfach auf meinem normalen System nicht machen. Ihr könnt das auf eurem Server natürlich machen, wie ihr das wollt. Und ja, mit "-l", könnt ihr einfach den Port hier angeben. Gut, das war's von meiner Seite. Ich bin sehr gespannt, was ihr alle zu meiner Serie hier sagt. Und ja, lasst mir gerne Feedback da, wie gesagt. Und je nachdem, ob eben noch Bedarf ist, werden wir mit Redux weitermachen. Ansonsten war's das von meiner Seite. Wir hören uns wieder bei vielleicht der nächsten Serie oder auch wieder hier. Bis dann. Ciao.